Sie betreten nun den Bereich der Universitätsbibliothek. Der Vorraum verweist auf den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg. Wenn Sie sich nach rechts wenden, setzt die künstlerische Gestaltung des Glasfensters durch Gieselbert Hoke einen deutlichen stilistischen Akzent. Wenn Sie sich die wenigen Stufen in Richtung Fenster nach oben begeben und dann nach links wenden, können Sie durch die Glastür einen Blick in den großen Lesesaal werfen und einen guten Eindruck von diesem imposanten Herzstück der Universitätsbibliothek gewinnen. Der große Lesesaal bietet 350 Arbeitsplätze und beherbergt eine Handbibliothek mit 25.000 Bänden. Trotz des historischen Ambientes ist der große Lesesaal moderner Nutzung angepasst und bietet eine Vielzahl von Online-Arbeitsplätzen. Die Räumlichkeit wurde von Heinrich von Verstl als einschiffige Halle mit jeweils vier Säulen an den Schmalseiten konzipiert. Besonders bemerkenswert ist der Einsatz von Tageslicht, das durch die großflächigen Glasfenster an der Decke fällt. Die fensterlosen Wandseiten erhielten durch Pilaster getrennte Nischen, in denen die Bücherregale als umlaufende Galerie untergebracht sind. Im Jahr 1884 zog die Bibliothek mit rund 300.000 Bänden in den Universitätspalast ein. Da der Bestand schnell anwuchs, wurde der Raum zunehmend knapp. Zwischen 1945 und 1947 hob man den Fußboden um zweieinhalb Meter an. So schuf man zusätzlichen Speicherraum für 80.000 Bände, allerdings auf Kosten des ursprünglichen Raumeindrucks mit seiner enormen Deckenhöhe. An den Säulen können Sie diesen Umbau noch erkennen. Sie scheinen wie zum Teil im Erdboden versunken zu sein. Mittlerweile stehen im Freihandbereich und den Büchermagazinen rund 2,6 Millionen Bände. Der Gesamtbestand unter Einschluss aller dezentralen Fachbereichsbibliotheken beläuft sich gar auf 6,7 Millionen Bände. Damit ist die Wiener Universitätsbibliothek nicht nur eine der ältesten Bibliotheken im deutschen Sprachraum, sondern auch die größte Bibliothek Österreichs, die zudem auch auf ein beachtliches Angebot an elektronischen Medien verweisen kann. Untertitelung des ZDF, 2020